und es geht auch direkt los so gehen wir hin auf 225 habe ich gesehen dass es da ist aber gehört nicht bin ich so der es fix das finden könnten der spieler kommt könnten und hier sitzen haben und da drin ist immer was ich dir du wirst wieder eingetreten okay erledigt doch wo ihr lang gelaufen könnt ihr gleich wieder zurückkommen das ist ihre reise derzeit zwischen raben aber ihr könnt natürlich grundsätzlich tun und lassen was ihr wollt bin nur so bevormunden weil mein leben von euch abhängt und umgekehrt ich habe kein leben hast kein leben kein leben leben ist ein untoter so mein liebes freulein das da steht ja eine tante oben auf dem dach ja habt ihr schallgedämpfte knallen oder was ich habe mir schallgedämpfte schießt mit seinem messer also wenn du mit den werfen kannst und den pullet drop und den ganzen scheiß bedenkst flug dann sind hier kommt einer hat jemand von euch eine schwere waffe was heißt schwere waffe ich habe ja nicht wirklich wegen munition ich habe ja heckenschütze aber ich hatte eine dynamite oder sowas anzubieten ich habe mich selbst getötet ich habe mich selbst getötet ich habe mich selbst getötet der artikel könnte tot sein oder ist er tot ja ich habe den gekillt mit dem fass geil was willst du denn hier bin ich hart surfen nehme ich was ist surpen also kannst du von weiten clues machen und anderen leuten gebauen die werden das gekillt aber macht sowas nicht verrückt auch noch mal auf mich zuhause ich bin prägt haben jetzt nur weg genommen oder wie ist das habt ihr habt ihr den auch genommen ich habe den einmal genommen ja ich habe den nicht aber war schon weg dann ja er kann er ja liegt versteckt hinter dem toten achso keine ahnung naja gar nichts das ist es surpen das geil nimmt das mit da können wir von weitem bauty klauen wenn die andere schon gemacht haben liegt direkt an dem an dem an dem an dem noch nicht geschossen wo an dem dicken oder was oder wo liegt die zwei spieler serveit haben ist das geil können wir von draußen die bauty rausklauen aus dem haus und uns verbissen da müssen wir nichts machen. Wo soll das sein? Am Kopfende von der Kurve. Hier liegt er, hier. Ach so, da sitze ich bereits. Ach so, dann nehme ich es. Da haben wir jetzt alle drei, also okay. Ja, das macht besser. Ja, ich weiß, das war die Schlange, hat er glaube ich schon gehabt, ja. Kannst du von Weitem die Clues machen? Jaja, irgendwie, stimmt, stimmt, ich entsinne mich. Du kannst vor allem, was viel wichtiger ist, wenn jetzt in einem Haus drin ein Boss gemacht wird von einem anderen Team, und wenn die Leute von einem Boss liegt da, kannst du von draußen die Bounty rausklauen. Okay. Das ist immer das feindliche Team, unwahrscheinlich frustriert. Gerade wenn sie sich schön eingekramen haben mit irgendwelchen... Die Seite, die picken Clue und lesen die Bounty Clue auf, da geht das natürlich nicht, aber manchmal macht man das ja aus strategischen Gründen nicht. Schießt der jemand? Ach so, okay, ja. Ja, ich mach das. Oh, f*** dich, dreckst du dich. Ja, prima. Da vorne ist übrigens noch ein Dicker. Scheiße. Ja, wir machen ja gar nicht weg, also... Das wollte ich ja noch sagen, deswegen, ich... Ja, komm mal her, Holger. Kannst du dir das mal angucken? Wo, wie, was? Nicht da rein, nicht da rein. Bleib mal draußen. Und komm mal her. Ich bin da draußen. Ich kann ihn rummachen. Holger, kannst du selber rummachen. Wegen was? Ach so, wegen dir schon hier. Guck mal, mit der Schattensicht da oben auf den Clue und irgendwann wird sich ein Kreis schließen. Siehst du das? Ich sehe zwar das Ding, aber sehe keinen Kreis hier. Nochmal. Doch jetzt, alles klar. Ja, wird untersucht. Musst du warten, bis er zu ist, dann hast du ihn von draußen gemacht. Aha. So kann man auf den Bounty's klauen. Ah, okay. Da ist er. Das dauert halt bisschen. Ja, ja, okay. Es geht natürlich länger, wie... Und dann gibt's noch einen Nekromanten, das ist Ohrentray, damit kann man von Weitem seine Jungs wieder aufheben. Das ist cool, eher, ja. Das kostet einen kleinen Energieknutzen, macht aber nicht so viel, ja. Hat da irgendjemand mal Gegner gehört, halt? Ja, das knallt auch wieder. Meterweise, hm. Ich meine, jetzt hier in letzter Zeit eher, ne? Ja, das knallt auch wieder. Naja, bei uns, genau. Aber wir werden demnächst Kontakt haben. Ja, wir sind ja wieder in der letzten Runde. Ich spinne. Ich bin so voll spinne. Da steht wieder eine Mutti auf dem Dach. Ja, die lassen wir in Ruhe. Obwohl, Gresh, ein ganzes Seil ins Weg schießen. Ja. Ich mach's auch, sobald die die mal ihren Kopf hergedreht hat, dann mach ich das. Da ist noch ein Dicker hier irgendwo dahinter im Haus. Mach's aber nicht. Ja, das ist immer so eine Sache. Jetzt hat sie's gemacht, sehr gut. Ja, sehr gut. Und hier das Pferd gleich auch noch mit. Mach's mal leise. Wo ist denn der Clou da hinten? Vorsicht, da stand ein Dicker noch um die Ecke. Ja, Alter, mach zu schnell, mach der nicht. Nee, Quatsch. Wenn du nur läufst und nicht rennst, geht alles. Nee, das ist so eine komische Tente mit so einem Rucksack hier. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind Ärzte, die haben hier so eine Heiltasche dabei. Ach so, okay. Ach so, okay. Die können nicht vergiften, wenn die dich treffen. Mit ihrem Nahkampf. Aber was wird sie mir ruhig tun? Wenn ich jetzt fast anschieße, stirbt der Dicke. Soll ich das machen? Nee, ist erst dann angelockt. Ja, weil die Fotze mich verkifftet hat. Lass den in Ruhe, ich renne einfach weg. Das sind Krähen, Vorsicht. Ja. Na, ich geh einfach weg. Ja, mein Dünner mit habe ich leider schon an mich selbst angewendet. Ich renne in der Nähe von den Krähen. Du scheust die Hochzeit. Hau ab! Wird das das mit der Tami oder müssen wir damit prunkeln? Ja klar. Worte noch nicht gemacht hier. So, in den Knast geht's. Auf, auf und davon. In den Knast. In den Knast. Ach, das war so ein furchtbares Haus. Ja, das ist cool. Na, ich weiß nicht. Ich bin da mittlerweile gerne im Knast. Okay. Wir sind die Hütte. Wir sind die Hütte. Niemand ist gerne im Knast. Links von mir, hinterm Zaun. Weiter geht's. Links und rechts alles mal ab-aimen. Mal ganz kurz gucken, ranzoomen und so weiter. Das ist schon wie ein Dickmeer. Welcome to Prison steht da oben drüber. Ja. Arbeiten nach 2 ist das übersetzt übrigens. Hehehe. Achja, alles klar. Jetzt wird's wieder. Leis, hier ist ein Spieler. Ich glaube, der Boss ist, ja, der Boss ist natürlich auch hier. Ich habe von der falschen Seite herangelogen. Ich höre hier nichts. Woanders rangehen. Wir müssen den Compound einmal umlaufen. Wir schießen auf die Spinne mit ihrer Vetter, äh, Windfield. Ich lege eine Falle in den Durchgang rein, aus dem du gerade kamst. Nicht da reingehen, bitte. Wir sind durchgeschossen. Bis jemand gestorben haben. Ja, es sind zwei Teams hier. Vorsicht, grehen. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Wenn ihr jetzt zu mir kommt, ich sehe sie bestimmt, Leute, Feinde. Da, ich sehe sie durch die Tür, durch das Gitterglitschen. Ach ne, da ist noch vor. Headshot, dude. Ja, da rennt jemand im Glas rum. Gut, kann der ein Zombie sein. Können nur die Wops sein. Ja, wir müssen mal kurz die Kusche halten, Freunde. Da rennt ihr nur unten im Dreck rum. Der Dicke kommt raus. Ich sehe die Beine von der Spinne durchs Dachglitschen. Die gleiche wird von dir auch abgeendet, Marco? Ja. Die liegt oben in der Traverse direkt vor der Tür liegt. Siehst du die gleiche selbst? Ja. Dann nimmst du die bitte ab. Und du wartest, falls die gelootet wird, äh, hoch aufgehoben wird, bis sie aufgehoben wird. Ja? Warum? Na, weil du dann zwei bis drei Sekunden in stillstehend die Hand hast, der dich schön am Kopf schießt. Aber erst während, also während der Huhe aufgehoben wird, aber nicht danach, weil dann lebt er ja wieder. Dann danach ist Quatsch, während, selbstverständlich. Kommt man von der anderen Seite ran? Kommst an den Prison for Kinderseite ran, das ist immer über eine hohe Mauer. Ich habe hier einen dicken, weißt du, deswegen... Lass den doch, der stört doch niemand. Ja, ich muss jetzt, ich muss den jetzt umgehen, ne? Oh, und noch Krähen hier, ich gehe fest. Ja, das sind die Anfängerprobleme. Das stört eh das alles. Ich bin ja umgeben von Grunts und alles mögliche. Wenn du dich so bewegst, hörst du dich gar nicht. Oder du klopst halt kaputt. Ja, das macht ja Lärm, das wird doch jeder. An meiner Seite ist niemand bis jetzt. Oh, der Mob in dem Haus ist strotdoof, da rennt man durch so eine E-Mord durch, das macht einen Krach. Da rennt man hier rum. Wann du das jetzt, Holger? Ich bin sogar in den Zaun gesprungen. Nein, die rennen wir gut, die sind unten in der unteren Etage. Ach, scheiße. Da sind die Spieler. Holger, was hast denn du eigentlich für Probleme? Ich habe gerade hier die Sumpfhexe. Oben, beobachtet oben diese Gänge, diese Werkgänge, die sind meistens beliebt zum Snipern. Ich bin ja gerade, ich muss ja erstmal dahin und auf Positionen kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin jetzt im Gebüsch und habe hier den Gang im... Ja, da ist einer. Ding. Mit der Tür drin. Mit der Tür dran. Ah, der Seite auf der anderen Seite, das sehe ich ja gar nicht. Ich wüsste nicht, ob das ein Kumpel wiederholen wollte, wie ist er? Du hängst die Leiche ab, ja? Ja. Hast du geschossen? Ja, zweimal. Du solltest warten. Ja, ich werde ja die Leiche versuchen... Ist er denn... Na, lass das doch versuchen, der Fokus liegt doch auf dem Versuchen selbst. Während des Versuchs knallt, snap. Ja, du wirst schon noch ne Chance kriegen, die werden das noch mal probieren. Jetzt rennt jeder hier unten lang bei mir. Ganz, ist close bei mir. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Wo sind sie? Na am Ping? Weiß ich nicht, vor mir. Irgendwo vor mir. Ich kann nichts pinnen. Okay. Ich habe hier die Treppe mit ein bisschen Blick. Da sind sie. Na oder ne? Scheiße, das ist wirklich... Ach, scheiße. Tch. Vorsicht, der hat ein Gewehr. Ein gutes... Ja. Da muss mich in dem Feld erst mal sehen. Scheiße. Hat nen Hit. Die sind alle bei mir, Jungs. Warum seid denn ihr nicht da? Ich habe damit geschossen. Was machst du denn hier hinten? Ich habe hier das abgeaimt und dann habe ich Holger... Wenn ich sage Hilfe, wenn da alles voll Hand hoch ist... Ja warte, die haben doch hier und haben doch Holger erschossen. Ich musste doch, kann doch nicht weg da. Mach dich hoch und renn dorthin. Wohin denn? Na in die Hand und knall die ab. Hol Holger erst. Das... Im Hocken, egal. Tja, du haust nach hinten ab Holger und heilst dich. Ach, vorbei, ich bin wieder tot. Links neben dir, Greschen. Links neben dir so Spieler. Ja, ja, genau. Oben, 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 oben. Oh Gott, Greschen. Da wo denn? Da oben! Da oben! Na bitte! Weg! Nicht da lang, anders lang! Da waren doch noch einer, hast doch gesehen. Da waren zwei, die du reingerannt bist. Du hättest denn erschießen müssen und in die andere Richtung wegrennen. Ja, ist doch egal. Bist in die andere reingerannt. Das waren... Wie viele waren das jetzt eigentlich? Ja, das waren zwei Teams. Ja, das waren noch andere. Nee, die zu mir kamen, das waren... Nee, das war nur ein Team. Nee. Bei mir waren zwei und doch. Bei mir waren zwei, ich hab die doch runterrennen hören. Es waren zwei und da oben der, den du irgendwie nicht sehen wolltest. Ja, bei ihnen haben wir doch erschossen. Also, das sind ja vier Leute, also... Der steht doch schon lange wieder. So, äh, jetzt... Kack, Dreck! Wieso waren das zwei? Ich bin von ihm ausgegangen. Die letzte Böe! Was ist denn das für eine lustige Knarre hier? Wetterfliege spinnen? Wetterfliege spinnen. Wetterfliege spinnen. Wetterfliege spinnen.